Wenn man das ganze Geschehen um den Ukraine-Krieg beobachtet, hat man das Gefühl, täglich irgendwie eine neue Eskalationsstufe. Viele, mit denen ich spreche, die sagen, ich habe irgendwie kein gutes Bauchgefühl und eine nächste Eskalationsstufe wäre ein Öl-Embargo gegen Putin. Und es sieht so aus, dass das mit dem heutigen Tag deutlich wahrscheinlicher geworden ist. In Deutschland scheint seinen Widerstand, sofern es den gegeben hat, aufgegeben zu haben. Germany is now ready to stop buying Russian Oil. Der Ölpreis daraufhin gestiegen. Klar, wenn praktisch Russland nicht mehr Öl liefert an Europa, dann muss Europa gucken, wo kriegt man das Öl woanders her. Das sorgt dafür, dass der Ölpreis dann nachher oben geht. Und Peter Garnry von der Saxo Bank weist übrigens darauf hin, dass 2014 der Preis für Brandöl schon mal ja bei hunderte Dollar war. Damals waren die Investitionen der Öl- und Gasfirmen bei 375 Milliarden Dollar. Heute sind wir nicht mal bei der Hälfte, nämlich bei 150 Milliarden Dollar. Was machen die Energiefirmen? Die kaufen lieber ihre eigenen Aktien zurück, als zu investieren. Warum tun sie das? Schon auch deswegen, weil die Banken ihnen sagen, naja, guckst du, fossile Energieträger, die sind nicht gerade gewünscht. Und die EZB sagt ihnen, ja, liebe Bank, du musst einen Klimastresstest durchlaufen. Und wenn du da Kredite vergibst an solche schmutzigen Ölfirmen, dann böse, 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 dann ergibt das eine Abstufung. Dann muss diese Bank sich teurer refinanzieren am Markt. So hängt alles mit einem zusammen. Es ist politisch nicht gewünscht gewesen und nach wie vor offenkundig nicht gewünscht, dass man eben diese Investitionen in fossile Energieträger nochmal tätigt. Und dann wundert man sich, wenn der Preis nach oben geht. Aber so ist eben die Lage. Und wenn jetzt dieses Öl-Embargo kommen würde, dann würde das nicht nur uns wahrscheinlich relativ stark treffen, sondern natürlich auch die russische Wirtschaft nochmal zusätzlich treffen. Hier sehen wir mal die wichtigsten Exportgüter Russlands nach dem Ausfuhrwert. Und das sind 35% Mineralöl mit Abstand der größten Posten, sonstige Rohstoffe, insbesondere Erdgas, 15,3%. Also ganz, ganz klar, Öl ist für Russland viel bedeutsamer als Exportgut, als eben Gas. Wir haben hier in Deutschland das Problem, dass wir von russischem Gas bisher sehr, sehr, sehr abhängig sind, aber nicht eher oder nicht so stark von russischem Öl. Da kommt übrigens Edelsteine und Metalle, Eisen, Stahl, Kohle, Getreide, Maschinen, Holz, Düngemittel, Kupfer und Dekupferartikel bei Russland. Aber das würde Putin schon ziemlich treffen, respektive es würde, naja, durchaus reinknallen, wenn er dieses Öl nicht mehr verkaufen würde nach Europa. Aber anders als bei Gas ist es so, dass er dann sagen kann, okay, dann verkaufe ich das eben an die Chinesen oder an die Inder. Aber mit Gas ist das viel schwieriger, weil wenn ich in Nord-Sibirien irgendwo Gase fördere, dann habe ich die Pipelines gar nicht, die eben dann in andere asiatische Länder gehen, weil die ganze Infrastruktur auf Europa ausgelegt ist. Bei Öl ist das nicht so stark. Also da würden wir uns ins Fleisch schneiden, ins eigene Fleisch, ganz klar. Aber das würde für Putin Schmerzen bedeuten und für die Russen, aber vielleicht nicht ganz so drastische Schmerzen, wie es auf den ersten Blick aussieht. Können wir woanders her eigentlich Öl bekommen? Die Frage muss man mit Ja beantworten. Venezuela ist mit Abstand das Land mit den größten Ölreserven, allerdings eher minder qualitatives Öl. Und die Venezuelaner teilweise nicht in der Lage, wirklich dieses Öl einigermaßen effizient zu fördern. Ja, ziemliches Chaos in dem Land. Saudi-Arabien, Kanada hat mehr Ölreserven als etwa der Iran und der Irak. Und dann kommt erst Russland hier an sechster Stelle vor Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und dann die USA. Also in Sachen Öl ist Russland durchaus in der Champions League, aber nicht sozusagen Champions League Sieger. Da hat man doch deutlich weniger Reserven. Etwa nur ein Drittel von Venezuela oder auch von Saudi-Arabien. Erstaunlich eine solche Statistik. Aber was hilft? Wir haben derzeit Probleme, vor allem im Bereich Diesel. Liegt daran, dass die Leute vor allem Heizöl gehortet haben. In der Sorge, wenn das mit Russland schief geht, dann mache ich mir lieber den Tank jetzt schon voll für mein Haus oder für meine Wohnung. Das war das eine. Und das andere ist, dass man für Diesel eben Gas braucht, weil dieses Diesel muss sozusagen kraftstofffähig gemacht werden, motorfähig gemacht werden. Das passiert mit Gas bisher. Jetzt sehen wir ja schon massive Diesel-Shortages, auch in den USA. Ja, deswegen explodiert heute geradezu der Diesel-Future in den USA. Und jetzt werden manche sagen, ja, wenn es kein Diesel fahren, dann soll es halt ein Benziner fahren. Ist ja egal. Aber das Problem fängt an damit zum Beispiel, dass in der Landwirtschaft diese Traktoren alles Dieselfahrzeuge sind. Und wenn die keinen Diesel haben, dann können die nicht ernten fahren. Wenn die nicht ernten fahren können, dann haben wir keine Nahrungsmittel. Und, und, und. Das ist eine Spirale, die sich unendlich aufspult. Alles hängt mit allem zusammen. Und jetzt diese Gasfrage. Das war ja auch sehr wichtig und ist nach wie vor sehr wichtig, nachdem Polen und Bulgarien ja abgeschaltete wurden. Polen wohl, weil man gesagt hat, okay, wir sind nicht bereit auf diesen Mechanismus, dass wir hier auch möglicherweise in Euro einzahlen, aber dann das Ganze in Hubel umgewandelt wird. Und Bulgarien war ja eigentlich traditionell auch Russland-freundlich. Juniper jedenfalls sagt, okay, wir haben bisher eingezahlt in Euro auf ein Konto der Gazprom-Bank in Deutschland. Wir könnten das jetzt auch auf ein Konto der Gazprom-Bank in Russland machen. Kein Problem. Wir könnten das weiter auch in Euro machen. Wenn die das dann umwandeln, Rubel, sehen wir darin keine Verletzung der Sanktionen. Allerdings sagt er, wenn der Westen wirklich ein Öl-Embargo beschließt, dann besteht die große Gefahr, dass die Russen eben dann einen sofortigen Gaslieferstopp auch machen. Also wenn wir Öl-Embargo machen, liefern die Russen kein Gas mehr. Logisch. Jedenfalls ist das zumindest die Drohung. Während jetzt auf EU-Offizielle von der EU-Kommission eben sagt, ja, nee, selbst wenn ihr in Euro bezahlt und das Ganze dann in Rubel umgewandelt wird, dann sehen wir darin eine Verletzung der Sanktionen. Also es ist unendlich verstrickt, unendlich kompliziert. Na klar, man würde damit letztendlich den Rubel weiter stützen, würde sozusagen diese Währung promoten, wenn man so will. Jetzt hat man ja extra die russische Zentralbank abgekappt und hat jetzt dann anstelle dafür die Gazprom-Bank, die sozusagen hier als Devisenstelle fungiert. Große Frage, was dann passiert. Was würde passieren, wenn Russland den Gashahn zudreht? Nicht nur uns, sondern Europa. Latvia ist hier massiv abhängig. Tschechien, Ungarn, Slowakei, Bulgarien, Finnland und dann schon Deutschland, Polen, Estland, Rumänien und Italien. Das nochmal ganz kurz die Reihenfolge mit dem Gas oder mit der Gasanhängigkeit von Russland. So oder so, wenn der Ölpreis steigt, wenn der Gaspreis steigt, hat das Auswirkungen auf die Inflation und die ist denn nicht gerade niedrig. Wir haben heute die Verbraucherpreise aus Deutschland bekommen. 7,4 Prozent erwartet eigentlich 7,2 Prozent, also wieder über der Erwartung Nahrungsmittel plus 8,5 Prozent. Das merken wir alle im Supermarkt. Vor wenigen Tagen, wenigen Wochen konnte man noch eine Butter für 1,59 vielleicht kaufen. Jetzt gibt es keine Butter mehr unter 2 Euro. Und dass die Preise steigen, merkt man besonders am Baumaterialmangel. und Preise dramatische Entwicklung in der Baubranche liegt aber auch daran, dass die Nachhaltigkeitsforderungen, die sozusagen die Politik eben durchgesetzt hat, eben auch dazu führen, dass hier kaum günstiger gebaut werden kann, dass die Dinge komplett teurer werden. Es fehlen dazu Arbeitskräfte etc. Also es ist an allen Fronten irgendwo erkennbar. Deswegen sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der EZB und mein nächster Gast bei Boom & Bast am kommenden Donnerstag, meine Damen und Herren, sagt, ja, die deutsche Kerninflation, also das ist die Inflation ohne Energie und Nahrung, die ist von 3,4 auf 3,8 Prozent gestiegen. Und damit konterkariert Krämer ja dieses Argument von Lagarde. Ja, was können wir machen? Der Anstieg der Inflation liegt ja vorwiegend an Energie. Und mit Zinsanhebungen können wir gegen Energiepreisanstiege nichts machen. Das ist aber falsch. Da kann man sehr wohl etwas machen. Zumindest kann man dafür sorgen, dass die Inflationserwartungen nicht mehr weiter steigen, indem man die Geldpolitik straft, auch wenn es wehtut. Und man kann natürlich dafür sorgen, dass der Euro nicht so abschmiert, wie es derzeit tut. Wir sind heute unter die 1,05er Marke gefallen, tiefster Stand seit 2017. Das bedeutet, dass wir unter anderem Öl, Gas oder was auch immer in Dollar faktoriert ist, eben dann auch mit einem schwachen Euro kaufen müssen, was die Inflation dann weiter nach oben bringt. Und genau das ist das Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Jetzt hat heute Degindus, der Vize-Chef der EZB, gesagt, wir sind sehr nahe zu einer großen Inflation. Die große Inflation ist sehr nahe, hat er wörtlich gesagt. Er geht davon aus, dass die Inflation praktisch schon am Top ist. Es gäbe dafür several Proxys, die darauf hindeuten, dass das bereits der Fall ist. Ja, man nimmt mal zum Beispiel solche Proxys wie die Erzeugerpreise plus 30% und geht davon aus, dass die Firmen dann die Preise nicht massiv anheben würden. Lindner, unser Finanzminister jedenfalls, ist da very concerned. Er hat sehr besorgt, wie er heute gesagt hat, dass die Preise dauerhaft hoch bleiben und weiter steigen. Deswegen müsste man irgendwie Haushalten helfen. Aber andere in der EZB, wie etwa Ignacio Visco, der Italiener, der sagt jetzt, okay, wir könnten jetzt vielleicht im dritten Quartal die Zinsen anheben. Also, ein dovisches Mitglied dazu, ein Italiener, der hat da praktisch eine kulturelle DNA zu dovischen Haltungen. Und der hat gesagt, also wir müssten langsam mal die Zinsen anheben, irgendwann im dritten Quartal. Welches Jahr hat er jetzt nicht gesagt, ob in dem Jahr oder in zehn. Drittes Quartal, das reicht ja auch. Und wie die Dinge teilweise eskalieren, sehen wir derzeit mit dem japanischen Yen, der geradezu kollabiert. Nicht nur gegen den Dollar, aber vor allem gegen den Dollar, weit über 130, ist dann fast auf 131 gestiegen. Jetzt hat ein Offizieller aus dem Finanzministerium gesagt, also diese exzessive Volatilität, das ist keine Volatilität, das ist eine Einbahnstraße, wenn man mal ehrlich ist, sei extrem besorgniserregend und man würde notwendige Maßnahmen ergreifen. Also hier sehen wir mal mustergültig im Grunde, wie die ganze Sache eskalieren kann. Und wenn die EZB so weitermacht, wird das wohl genauso laufen. Und so oder so, wir laufen wahrscheinlich in einer Rezession. Da kann man das mit Zinsanhebungen etwas beschleunigen. Die Rezession kommt so oder so schon wegen der Inflation, weil die Leute weniger konsumieren. Und wir sehen, dass diese Inflation offenkundig in den USA jetzt schon zu einer Rezession geführt hat. Die Leute halten sich schlichtweg zurück mit Käufen. Und wir sehen, hier ist ja das BIP, das ja nominal berechnet wird. Also da ist ja Inflation eigentlich dabei. Wenn also die Preise zum Vormonat steigen, dann müsste eigentlich auch das BIP steigen normalerweise. Also wenn jetzt die Wirtschaft im ersten Quartal in Relation zum letzten Quartal, also zum vierten Quartal 2021 um 1,4% gefallen ist, was völlig überraschend war, eigentlich war ein Anstieg etwa in der Größenordnung von 1,4% erwartet. Und dann kann man sehen, dass da vielleicht was im Argen liegt. Inflation ab einem gewissen Niveau führt immer zu einer Rezession, weil eben die Konsumenten dann praktisch ihre Ausgaben zurückfahren, weil die Unternehmen nicht mehr investieren, sondern horten. Und das ist immer wieder derselbe Prozess. Heute warnt jetzt Volker Landert von der Deutschen Bank, wir werden eine schwere Rezession in den USA erleben. Ja, die werden wir erleben. Aber die Fed versucht wenigstens die Zinsen dafür anzuheben, um dann die Inflation in den Griff zu kriegen, während die EZB die Rezession kriegen wird und dann die Zinsen nicht angehoben hat und die Inflation eben nicht in den Griff bekommen wird. Also die Fed entscheidet sich für Cholera, die EZB für Pest und Cholera. Und zu dieser Entscheidung kann ich sie nur beglückwünschen. Deswegen bin ich übrigens der Meinung, dass wir die EZB abschaffen sollten und die ECB, dass die Rezession sich ankündigt. Das zeigen solche Parameter etwa in den USA wie Heavy Truck Sales. Also diese wunderbaren, sehr spritarmen, sehr sparsamen Autos, die die Amerikaner gerne fahren, ab einem bestimmten Niveau des Rückgangs, und nämlich bei 23% war es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass dann zeitnah eine Rezession gefolgt ist. Den ersten Schritt haben wir gemacht. Rezession ist ja immer mindestens zwei Quartale nacheinander negativ. Das erste Quartal haben wir jetzt also geschafft. Und dementsprechend ist das sehr wahrscheinlich. Und von einer Rezession träumen kann eigentlich nur meine zweitbeste Freundin Kathy Wood, die heute teilweise richtig schlechte Laune hat, denn ihre drittgrößte Position, Tellerdoc, ist heute 45% abgeschmiert, wurde teilweise vom Handel ausgesetzt. Am 1.3. hat sie noch Positionen im Volumen von 856 Millionen Dollar gehabt. Heute habe ich mir den ARC angeschaut, da waren es nur noch knapp über 600. Also seit dem 1.3. ist auch schon viel weggegangen. Jetzt hat sich die ganze Geschichte nochmal praktisch halbiert. Sie hatte kurz zuvor nochmal wunderbar ihre Position in Tellerdoc aufgestockt. Kann man nur sagen, ein geniales Investment. Und na klar, die FED ist schuld. Die wird die Wirtschaft da in die Rezession reiten. Ich hatte diesen Tweet schon mal gezeigt von Kathy Wood, die natürlich erkennt, dass die FED jetzt ihr Feind geworden ist. Ihre ganze Superperformance lag vor allem daran, dass die FED mit Liquidität all in gegangen ist. Jetzt zieht sie diese Liquidität wieder raus oder sagt es zumindest, das zu tun. Und dann sieht man, dass die gute Kathy vielleicht den zu leicht bekleidet. Jetzt da steht, Sven Hendrik sagt dazu, die Zerstörung, die wir bei so vielen Aktien sehen, unterhalb der Indizes, die ist so gewaltig. Das haben wir zuletzt ähnlich gesehen bei den Platzen der Tech-Blase 2000. Retail-Chasing-Fluff-Valuations, also die kaufen da irgendwelche Fantasie-Bewertungen. Silly-Forward-Price-Earnings, also praktisch völlig absurde Bewertungsniveaus mit unrealistischen Fantasy-Growth-Narratives, also wenn Narrative verbreitet, vor allem von Kathy Wood, und deswegen finde ich sie so gefährlich, weil sie sagt, ja, ich werde 50% Performance machen im Jahr. Das hat sie kürzlich nochmal gesagt. Sie hat wahrscheinlich vergessen, da ein Minus davor zu machen. All das war, wie Sven Hendrik hier richtigerweise bemerkt, encouraged by excessive liquidity, durch die Liquidität der Notenbanken. Hier sehen wir die erbauliche Performance von der guten Kathy, diesen Monat schon 75% etwa nach unten gekommen, beziehungsweise jetzt 71% unter den 2021er-Hochs. Das ist schon ein desaströser Chart mit diesem Ausreißer nach oben und jetzt geht es nach unten. Wenn wir uns andere Werte mal anschauen, ARK mit 70% mit das schlechteste, des SPACs, war ja auch mal ein Riesen-Hype, minus 55% IPOs war auch ein Riesen-Hype, 53% Bitcoin war auch mal, glaube ich, ein bisschen Hype, ein bisschen, weil es ja, ne, Zukunft, minus 44% und so weiter und so fort. Und heute haben wir die Apple-Zahlen, meine Damen und Herren. Apple heute deutlich im Plus, über 3% gestiegen, aber es geht um was, auch charttechnisch. Wir sehen hier diesen Aufwärts-Trend-Kanal. Die Hälfte der Apple-Zulieferer sind in Gegenden, die von Lockdown-Maßnahmen in China betroffen sind. Und Fred Hickey fragt hier zu Recht, naja, wir haben jetzt die Zahlen von Texas Instruments gesehen, die schon darunter leiden, dass viele chinesische Konsumenten nicht mehr kaufen. Wer jetzt in Shanghai im Lockdown sitzt, der kauft normalerweise auch kein iPhone, aber jenseits der Frage der Zulieferer. Aber bei Apple sagt er, da glaubt man, dass das alles anders ist. Und Apple hat eine Marktkapitalisierung von 7% des S&P 500. Also wenn die ein bisschen Probleme bekommt, dann ist das durchaus auch für den Index wichtig, vor allem für den Nasdaq 100 wichtig. Apple hat jetzt ein KGV von 26 bei einer Marktkapitalisierung von 2,6 Billionen. Über Cathie Wood und meinen dritt- oder viertbesten Freund Ellen Wood habe ich heute einen Artikel geschrieben, wo ich so ein bisschen die Tragik beschreibe. Erst hatte Cathie kein Glück jetzt seit Jahresbeginn und dann kommt auch noch Pech dazu. Da hat sie es ganz böse erwischt. Erste Empfehlung unter dem Video. Zweite Empfehlung, ein großartiger Artikel meines Kollegen Georg Kabe nicht Geld oder Leben. Fratscher und die Banalität des Ambitiösen. Sie kennen vielleicht Hannah Arendt, die damals über den Eichmann geschrieben hat im Auschwitz-Prozess. Die Banalität des Bösen. Und hier haben wir eine Art Banalität des Ambitiösen. Untertitel, wer Grün wählt und dabei nicht weiter nachdenken will, wird durch Fratschers Buch geradezu bestätigt. Das ist vergleichsweise die Sache auf den Punkt gebracht. Das sind solche Allgemeinplätze bei Fratscher, dass einem fast schon die Spucke weg bleibt. Und mein Kollege hat da herrliche Worte dazu gefunden. Also zwei Artikel, meine Damen und Herren, unter dem Video. Und dann 22 Uhr, ab 22 Uhr werden wir die Zahlen bei Finanzmarktwelt von Amazon bringen. Und 22.30 Uhr, noch wichtiger, die Zahlen von Apple. Also da reinschauen und diese beiden Artikel. Ich sage Servus und Ciao.